die 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 ich weiß nicht wie man den Doppelnummer vorbeikommt nach mit mit neben dem vorhanden sind ja komm es ist das nicht schweißen immerhin bei Bremsen und trifft uns ja kommen Fick dich doch mehr mehr auf dem Leben nach dem Sprechen nicht mehr Mäßchen und die Schaden verloren wir haben wieder den was ist das für eine Scheiße wer denkt sich denn so Müll aus ja gefickte ich doch er ist gleich mit Steinmann ja und erstellt uns noch ein Alter wenn jetzt sterben jetzt seit jetzt so nah geht ein Stück zurück und bereitet euch auf Angriffsphase 2 vor Angriffsphase 2 what ach komm schon du Kackspieler ja ja komm immer nachher zwei Versuche und dann ich das ganze aber auch bei mir ja 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 komm komm nicht den denn nicht irgendwie dazu zwingen er anzugreifen und nicht die ganze Scheiße die er immer mitmachen muss was könnt ihr denn nicht bremsen fuck man ja was soll denn die Scheiße war dann gut gelöst oder ich hab doch gebremst du vore wenn wir den 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 einen Schmetterling den wir gerade gespart haben eingewüßt ey weil er uns doch getroffen hat ja das war so unfair so schnell kann ich nicht zweimal schießen der Spinner nur Angriffsphase 2 er hat mich auch nicht genau so jetzt sind jetzt in einem Stück zurück und bereitet euch auf Angriffsphase 2 so muss ich nicht gewöhnt werden müssen was denn dann muss ich über den drüberspringen er was wie denn ok Mord hat so und jetzt muss ich kennen ja 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 dann wieder nicht werden und schießen ja aber viel zu früh schiebt was macht der roman im auf du stück schrott ich bin der könig der gleise und du bist nicht nah an der weise und dort wird ein paar Raketen werden die immer mehr was hat die bei der mann im Jahr schon wieder von einer B vor Ort ein hier Uhr Prozent den Markt für den Pausen auch krass mit mir schützen die Vorten alles wie gesagt fünf minuten ganz kurz pause und dann probieren den scheiß endgegner normalen wir sehen uns gleich wieder bis gleich so meine freunde willkommen zurück auf youtube und zwar müssen wir dazu sagen es ist eine neue aufnahme wir haben gestern doch nicht mehr weiter gespielt aber ich bin schon mal ganz fleißig gewesen bin wieder her gelaufen und ich muss gestehten ich habe auch was gesehen da ist der grüne wie vielfältig so ein noch um ein um die muss gesteht ich habe Prozent auf dem Weg her eine Fehler es tut mir so leid ich will wir sind und röstlich aber wir haben fehler eingesammelt wohl ja machen wir würden aber so ruhig herkommen dann freuen wir uns auch wenn wir die endlich besicht haben aber erst mal so mal brauche ich so aber ich würde sagen jetzt auch direkt wieder losziehen aber diesen Herr Kuhn-Duffi dem Amal zerklackt und zeigt mir jetzt wo der Hammer hängt und dann hat sich das auch schon diesen Dufi-Boss eine Lektion erteilt ja genau das werden wir jetzt tun Jürgen Lärmisch also bevor wir das tun ich habe nicht und hier der Platte ist ich als vergessen ab und bisschen Platz geschaufelt aber wir können uns heute ausdrucken so sehr schön Jürgen Lärmischung wir können wir auch probieren über 600 die Arbeit ab dem Moment spielen ich bin für alle die es interessiert wird 600 die Arbeit könnten wir reintörelich so um die zwölf Stunden Prozent aufnehmen ich sitze nicht um so viel Dufi im Sommer kurzsichtiger Supercomputer das ist jetzt nicht so viel natürlich mit zwölf Stunden wir kommen schon mal hin nachdem das beschießen vor allem ein paar Stunden mehr und ich habe schon wieder vergessen wie es geht zu ihm natürlich kein der Wünschte aber nicht ich bin um Röhrmann sind zum zweiten Mal getroffen worden und damit zu machen ich sehe ich nehme alle mit in der Nummer standen selbst noch jetzt noch mal ein paar und nur so lange mein Gefühl dass er die Gäste an der Zwiesekunden gesetzt hat Röhrmann setzt uns doch mal aus dem Weg und wo noch zwei und ihr ewig und wenn wir getroffen werden fängt vom Funder anscheinend geht das natürlich erklären warum gestern das Gefühl haben dass keiner das ist der Part von Bayern in der Akkunde durch blau also nichts ist schießen er hat nun viel mehr von und ich bin lauter bei mir am Kopfhörer weil noch das kein Unterschied Röhrmann ich gebe mal folgendem sound beziehungsweise auf YouTube die Kinder dann sogar noch angepasst also entweder bisschen lauter oder ein bisschen neue Sorgen die sich die Bühne hallo Aachen die Bühne hallo was sich mit zum und zweimal getroffen wurden bis zum Zählen so wird einmal getroffen war zack wie sie hier viermal getroffen mit bremsen geht also auch noch fünf mal getroffen sechs mal treffen ein Leben verloren das jetzt ah verdammt ok ok ein Leben besetzt und dann macht's noch mal auf ah fuck 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 raufzauber schießen bis er angreift nein macht er das jetzt alter nein Mann es macht das nicht noch mal und wir leben das war zu sechtern sechs mal treffen in der Herkunft um 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 ach ich habe mich gepennt da kommen wir im kopf runter um eine Blüte die Raketen noch mehr um Koppel und ein Koppel auf dem Weg und jetzt nicht zweimal getroffen nein in der Hand und der Ende der Wien nur den Kopf vorholt nach dies und der Scheibe der Rakete da weiß ich auch wie wir hier noch treffen lieber auf du stückst ich bin der Köln der Gleise du bist nicht nahrt an der weise ein paar raketen werden dir mann hier beibringen das ist doch zum kurzen wie lange sollte die scheiße 4 naja kommt von der Milchstätte haben Pfeil bis jetzt nicht ab und brechen um ab und Geld machen Bild in den Dings holt es nur ein Leben das könnte uns ja echter ein Jahr das dauert so ewiger wir haben ihn nicht mal getroffen der zweite treffer das ich hab doch gar nicht gebremst oh man an ja jetzt schießt das blöde Ding nicht das ist doch zum Kotzen das ist unglaublich meine Fasse, das wird mal ewig dauern hier ah ja genau, äh, ich doch ja, komm los ja, komm los ah man naja, komm los wir gehen jetzt das extra Leben holen das ist doch nicht wahr ja, ja ich würde sagen, wir machen mal wenn wir was anfangen, ne, ich würde jetzt schaffen komm, 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 komm das ist doch immer schneller so, die extra Leben ähm, die müssten ja denn dementsprechend ähm wo stand die denn rum hm stand doch hier irgendwo, oder? äh wo das hier am Eingang da steht so da steht so hm 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 da hat noch neue Tönikumsfeind ne äh das hat nur ne ne was alter ne ne energiebindel mit dem schneller hamsterer sonderfeder mit dem joh aus ein bürger nur ne 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 man noch gut in energie den schaden nachs ja munition aus bärenbüchsen ne nirgendwo allem, nicht was mein 64 bit bald wieder auf Lager okay, können wir das Siege 10 Dufi feinde um dieses Tötigung er hat das er wollen wollen er hat nun 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 und wenn wir wieder hoch hat er auch in der Nähe und ihr könnt und das immer wieder ein Heli die eine Ableser wo war es jetzt um um nicht das hier irgendwo ein zuhause wer hat das war praktisch als nächstes hingehen so ein kathos wir probieren wollen ich bin dankeschön ein eiskalter wollte mir 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 extrem idiotischer was geben die erste mal recht easy aber was soll denn die scheiße ich hab doch geschossen morgen das ist doch nicht wahr shit das war jetzt das dritte mal oder oder getoffen ft Scheißdrecks entgegen Prozent an der Erfüllung und wird und wird eins von Vorko macht er nicht noch mal Karte guter zweimal die Scheiße wir haben eine ganze Reihe und sich trifft an zu nehmen und die ganze Reihe 5 mitgezählt wer für den Begriff bevor der diesen Scheiß mit seinem Bremsen Aachen 3 bei dem ist es viel Räscher im Grunde von Gauern im Kupfer war das ist doch nicht wahr kann er gut mal ein weil sie mit dem stört die ganze Zeit das steht ganz sehr nah aber noch noch 4 du weißt du wie wie viele Scheiß-Rakete dann noch abhalten müssen jetzt jetzt macht das glaube also vorher abbremst nein er macht natürlich noch nicht scheiße war jetzt diese demische Endgegner ja wie lange so sind aber auch mit aber wieder nur ein Fakten Schmetterling müssen ihn gar nicht treffen oder was hier er kommt Arsch das Kratzen ja ja bis sie gerade an der Weise bestes Wortspiel erworben und die Kündigungen von vorne Ach komm Meine Gasse Ja 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 Komm Ja 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 Oh Gott ich hoffe es gibt es noch mal irgendwann in dem Spiel Nämlich nicht gesund für mein Controller Wenn es den Zoff gibt Ach ich hab doch geschossen Nö Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh 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 Ja! Der hat nur einen verloren. Ja! So, der müsste er gewesen sein. Geil, nein, Schmetterling verloren. Ja! mehr zu nicht ganz so viel umbauen sollten mit mehr wie ein Stern und geht dann kommt nur 1 2 und 3 und 4 und immer jetzt macht das ja genau so genau beim 5 mal jetzt macht das noch ein sechstes Mal ich bin der König der Gleise ich bin der König der Gleise Wurzspiel du bist nicht nachter in der Weise auch hohohoho ja jetzt kommt eine Rakete und der dritte sich selber nur die Frage ob die alle so kommen oder bloß 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 nein 1 1 ja alle getroffen ja so sollte das nicht ändern Dufi kann nicht glauben dass er von einem grünen Dachs und seinem lila Drachen besiegt wurde hä oh geil alter endlich erhungsthaft freigeschein obsolet gut gemacht Leute dieser Dufi Typ ist weg von den Gleisen kommt wieder wenn ihr zum Spaß noch einmal die Edelsteinbahn fahren wollt Alter nein alter Kartos einfach ja 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 hier alter oh krass ich erkenne ich gar nicht vor ich freu krass es ist auch im Bauch ich oh man oh krass so geil ja so geil ja ich mag übrigens äh ich hab das schon mal erwähnt ich mag den Grafikstil der verwendet wird mit den knallischen bunten Farben die Sachen worauf es aufkommt die sind alle schön rund schön ausgearbeitet wie ihr halt unser lieber Joka und auch Lele mit der Dezent leicht kleinroten Nase ja 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 auch wenn wir uns hier so Kartos angucken es sieht einfach echt leise aus wenn man mögen oder nicht ich persönlich finde es ganz schick wir gehen uns aber und die Fähigkeit wiederholen Aua oh hast du? hast du ein Schmetterling? zum Schmetterling? hast du ein Schmetterling? du hast ein Schmetterling guck mal da sind noch mehr Schmetterlinge und? 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 meins was ist denn das? wenn wir schon mal hier sind hm ah cool ich weiß wie wir den komischen Eisblockschmelzen ich weiß dass ich weiß dass ich weiß dass ich weiß dass du nicht ich weiß dass ich weiß dass du nicht sehr geil ich weiß es dass du nicht wir sind der 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 Vielen Dank.